So, Dion, kennst du diese Zeichen, wenn gerade der Boden frisch gewischt wurde? Attention, slippery when we eat. Hier wurde frisch geraucht? Ja, also ich habe das Video erst gestartet, nachdem ich gesagt habe, ich glaube, das ist zu schlecht für einen Osteraforz. Und Dion hat recht, nichts ist zu schlecht für einen Osteraforz.